Servus liebe Leute, Franco hier mit mehr interessanten Builds und Armeen und wenn auch ihr den Inhalt dieses Kanals feiert, dann wäre ich euch echt dankbar, wenn ihr ein Medikament gegen Krebs erfinden könntet und das dann FrancoTV nennen könntet, denn damit würde ich echt dabei helfen, die gute Nachricht dieses Kanals zu verbreiten. Und wir haben heute eine echt richtig geile Schlacht für euch, mit einer lustigen Armeekomposition auf beiden Seiten, also mein Gegner hat eine echt richtig geile Armee dabei und ich liebe und applaudiere ihn dafür, dass er so eine schöne, echt klasse Armee der Bretonen mitbringt und auch noch so eine coole Aufstellung hat. Ohne Scheiß, so würde ich meine Armeen auch aufbauen, würde fast, also wenn ich Bretonien gegen Imperium spielen würde, würde ich was ganz ähnliches bringen und ich finde seine Taktik hier echt cool und auch richtig, ja einfach irgendwie cool, weil es nicht so cheesy ist, sondern einfach irgendwie eine total faire und gut ausgewogene Armee. Er hat an den Flanken Sperrknechte mit Schilden, dann hat er in der Frontlinie eine Menge Landsknechte, vier Stück mit Schilden, ein paar Erfahrungsstufen noch, dann hat er dahinter noch zwei Einheiten Knappen, eine Gralsdeliquie und eine Maid des Lebens mit Erdenblut und Nachwachsen, sowie Leon Kör, zwei Einheiten Gralsritter. Auch in der Landsinformationen richtig geil zu sehen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Landsinformationen so findet, nachdem sie jetzt keine negativen Effekte mehr hat. Ich habe irgendwie, ich benutze eigentlich immer und ich finde es eigentlich ganz cool, aber gibt es trotzdem noch Nachteile durch diese bestimmte Formation, dass die irgendwie vielleicht schlechter rausziehen können oder so, das würde mich mal interessieren. Ich konnte da bisher noch nichts finden und da hat er noch drei Bogenschützen dabei, alle mit Gift, also auch eine interessante Sache. Reduziert ja die Nahkampfstärke unserer Fernkämpfer und wir haben aber auch einen richtig coolen Bild dabei und zwar mit Hellebaden hier an den Flanken. Dann haben wir eine Menge Bi-Handkämpfer dabei, in der Mitte noch die Sigma-Söhne, dann nochmal Bi-Handkämpfer und wir haben an den Flanken hier hinten zwei Flaggelanten links und rechts, drei Sperre hier hinten nochmal zum Schutz und hier nochmal zwei Hauptminder des Imperiums auf gepanzerten Kriegspferden. Ähm, einfach als kleinen Helden-Kill-Squad oder auch sonstige Einzel-, also so gegen Helden, Zauberer, ähm, Gras-Deliqui, etc. Und wir haben, ähm, Waltherser-Geld dabei und wir haben zwei Schützenreiter dabei. Und als ich den Bild gebaut habe, habe ich ganz vergessen, mir wenigstens eine kleine Einheit Kavallerie einzupacken, also eine Nahkampf-Kavallerie. Das habe ich dann so ein bisschen, habe ich jetzt an dem Punkt so ein bisschen bereut oder erst realisiert, dass ich gar nichts dabei habe in die Dichtung. Ähm, weil die Idee hinter diesem Bild ist jetzt eigentlich, dass wir, ähm, eine Taktik fahren, die ich früher in Total Warhammer 1 immer gern gezockt habe, und zwar unsere Speere oder sonstigen Infanterieeinheiten, wie die Flagge Landen, auf die gegnerische Kavallerie schicken und die, ähm, beschäftigen, während unsere Fernkämpfer die Kavallerie platt machen, platt schießen. Und das ging ja früher immer mit den, ähm, Musketen, geht mit den Musketen ja jetzt mittlerweile nicht mehr, leider momentan. Ich hoffe, das wird wieder eingeführt, dass man mit Musketen auf, ähm, gegnerische Kavallerie schießt, während die im Nahkampf miteinander ist. Aber was die, was es noch kann, sind diese Schützenreiter und die machen eigentlich auch ganz guten Schaden. Also die sind leider nicht ganz so effektiv wie die Musketen, aber die haben ja auch schon ganz guten, ähm, rüstungsdurchdringenden Schaden, auch wenn das hier nicht steht. Die haben, die machen schon ganz akzeptablen, akzeptablen, rüstungsdurchdringenden Schaden, gerade wenn die Kavallerie so ein bisschen gebloppt ist, in gegnerischer Kavallerie. Und, ähm, das ist jetzt eben hier so die Idee, dass wenn die Kavallerie meines Gegners hier rumkommt, ähm, wir dann die, oder hier durchbricht, oder wer auch immer, äh, dann schicken wir unsere Späre da rein, wo die Kavallerie ist, ziehen unsere Fernkämpfer hierher zurück, und feuern dann von hier aus in den Nahkampf rein, wo die Späre gegen die Kavallerie kämpft. Ähm, kann funktionieren. Ich hab das jetzt in letzter Zeit relativ oft gemacht und es funktioniert ganz gut. Ähm, gerade gegen leicht gepanzerte Gegner, ähm, Orks, etc. kann es gut sein. Also probiert das mal aus, ist ein ziemlich lustiger Tipp, ähm, so diese Taktik zu fahren. Und ich würd sagen, wir legen mal den zweiten Gang ein. Was jetzt hier das Problem ist, ist, dass, äh, wir keine, ähm, Möglichkeit haben, um, um die, äh, gegnerischen Fernkämpfer, die gegnerischen Bogenschützen auszuschalten, die hoffentlich jetzt nicht unsere BÄM! Schaut's euch an, die, die schwächlichen Bauern, wie sie gegen die, gegen die gut trainierten, imperialen Truppen kämpfen. Also in den Nahkampf werden wir natürlich, äh, wahrscheinlich gewinnen, aber, ähm, was ich gerade noch sagen wollte, ist, ähm, das größte Problem ist, dass die Bogenschützen jetzt hier eigentlich ohne, dass wir sie ohne weiteres bedrohen können, ähm, hier die Schützenreiter unter Feuer nehmen können. Was mir natürlich gar nicht passt. Aus dem Grund, ähm, hab ich mich jetzt entschieden, nachdem ich jetzt realisiert hab, dass ich keine Kavalerie, äh, dass ich, oder, dass ich keine richtigen Tools hab, um gegen seine Bogenschützen zu agieren, wollte ich eigentlich mit den Flaggelanten hier rumkommen und mit denen eben die, ähm, Bogenschützen ausschalten, weil die eben zu schnell sind. Ähm, was natürlich ein Nachteil ist, dass die keine Rüstung haben, etc. und viel Schaden nehmen durch den, ähm, durch das Bogenfeuer. Aber ich wollte eben trotzdem irgendwas haben, aber es hat nicht funktioniert, weil seine, ähm, Späre, die abgefangen haben. Aber wir sehen jetzt hier auf der rechten Seite schon mal, äh, wie seine Kavalerie hier durch die, versucht durch unsere Infanterie durchzubrechen. Äh, mein Gegner, ähm, ist übrigens auch ein sehr guter Spieler eigentlich, setzt seine Kavalerie eigentlich das ganze Gefecht über relativ gut ein. Und, ähm, wir gehen natürlich, verfolgen natürlich unseren Plan und gehen mit unseren Bogen, äh, mit unserer Granatwerferin hier zur Kavalerie hin und nehmen die natürlich sofort unter Feuer. Und überall da, wo er mit seiner Kavalerie hingeht, da ziehen wir einfach unsere Späre hin und unsere Flaggelanten, alle die Einheiten, die seine Kavalerie eben aufhalten sollen, und vorher gleichzeitig mit unseren Schützenreitern hier rein. Also, das werde ich jetzt das ganze Gefecht über, ähm, ständig weiter so machen. Und wir schaffen es hier allerdings jetzt natürlich, ja, mit relativ wenig Aufwand hier seine Frontlinie zu durchbrechen. Außer hier an der einen Stelle, da wo die Sigma-Söhne gegen die Knappen kämpfen, zusammen mit der Gralselig wird, da zieht sich der Kampf noch ein bisschen heraus. Aber auch da ist es so, dass die Sigma-Söhne eigentlich da eine ganz gute Chance haben. Und, ähm, ist jetzt auch nicht so wichtig. Wichtig wichtiger ist, was hier hinten passiert. Wir haben auf dem Rest der Frontlinie eigentlich schon gewonnen. Und ziehen jetzt hier überall dort, ähm, wo wir noch, ähm, Bierhahnkämpfer haben, die Bierhahnkämpfer auf die gegnerischen Bogenschützen. Und unsere, ähm, Anti-Large-Truppen ziehen wir dahin, wo es seine Kavalerie ist. Also, ähm, ich ziehe hier teilweise ein paar Heile Baden und sperre hier da direkt zu ihnen hin. Und mit anderen versuche ich allerdings hier so ein bisschen eine Position einzunehmen, dass ich dann von hier aus dann reagieren kann und eben Vorstöße auf meine, auf meine Fernkämpfe hier verhindern kann von da aus. Mit den Fernkämpfern gehe ich, ähm, noch ein Stück weiter vor, äh, und positioniere mich jetzt mal so hier und versuche eben hier weiter auf seine Kavalerie zu schießen. Aber er macht es hier sehr gut. Und, ähm, Ren bleibt mit seiner Kavalerie ständig, ähm, in Bewegung und dynamisch. Und dadurch, ähm, nehmen seine Truppen nicht so viel Schaden durch diese, ähm, Explosionsangriffe, die diese Granatwerfer ja machen. Hm. Er brichtet sie auch nochmal durch mit unserer, äh, durch unsere Sigma-Söhne, die allerdings immer noch kämpfen mit 18 Modellen. Aber wir sehen hier schon, ähm, die treffen zwar trotzdem noch relativ gut, aber machen jetzt, während sie, ähm, während die gegnerischen Ritter hier in so einer relativ auf, nicht aufgefächerten, aber in so einer normalen Formation sind, eben nicht so derby viel Schaden. Das könnte noch besser sein, es passt zwar schon halbwegs, aber... Ähm, das macht er wahrscheinlich sogar unbewusst, ähm, macht er das so und, äh, bleibt eben dynamisch und in Bewegung und, äh, fährt uns damit so ein bisschen durch die Parade, ähm, dass unsere Taktik hier nicht so ganz effektiv ist, aber, ihr seht schon, die nehmen trotzdem ganz gut Schaden. Wir gucken uns nochmal auf die restliche Schlacht so ein bisschen an. Wenn wir mal hier so ein bisschen uns eine Übersicht verschaffen, sehen wir, hier unten hat er noch einen, ähm, relativ harten Kern. Hier verfolgen wir mit einer Einheit Bihankämpfer, eine Einheit seiner, ähm, gesunden Bogenschützen und versuchen, sie vom Schlachtfeld zu drängen, während er allerdings mit seiner Kavalerie, äh, mit seinen, mit seinen Fernkämpfern hier weiter feuert. Ähm, ansonsten, ähm, formieren wir uns jetzt hier so, nachdem wir seine Armee hier auf der Seite schon ziemlich, ähm, versprengt haben. Nochmal hier ein bisschen in der Nähe unserer westlichen Truppen und, ähm, versuchen hier nochmal so ein bisschen einen weiteren harten Kern aufzubauen. Mit, ähm, Balthasar Geld haben wir in der Zwischenzeit ständig, ähm, die finalen Transmutationen gecastet auf Leonkö etc. Während mein Gegner uns hier ständig verfolgt und wir einfach vor ihm abhauen, ähm, da muss man allerdings immer mal wieder so ein bisschen drauf achten, dass euch nicht so was passiert wie hier. Ähm, und der Leonköer euch nicht erwischt, weil Balthasar ist zwar sehr schnell, aber der ist auch sehr squishy. Und, ähm, deswegen müsst ihr da immer wirklich drauf achten, dass die generischen Lords euch nicht zu fassen kriegen. Ähm, deswegen lande ich jetzt auch hier nochmal und gehe mit den beiden, ähm, Hauptmänner nochmal mit rein, einfach um, ähm, Leonköer nochmal ein bisschen Schaden zu kriegen, äh, reinzudrücken und hau mit Balthasar hier weiter ab. Leonköer hebt natürlich auch wieder gleich ab, also sehr gut gespielt von meinem Gegner. Und, ähm, seine, ähm, Kavallerie auf der anderen Seite hat jetzt mittlerweile, ähm, entdeckt, dass unsere Bierhandkämpfer hier seine Bogenschützen verfolgt haben und auch schon hier in die, äh, an dem Maprand in die Ecke gedrängt haben und sind allerdings dann sofort ritterlich zur Rettung der Bauern herangestürmt und haben, äh, hier einen Angriff in den Rücken unserer, ähm, Bierhandkämpfer gestartet und sind damit in die Flucht gezwungen, was natürlich besonders ärgerlich war, weil die Bierhandkämpfer dann direkt vom Schlachtfeld geflohen sind. Die, ähm, Mai des Lebens ist auch am Start, die lebt immer noch, leider. Die hätte ich eigentlich schon längst mal platt machen sollen mit meinen beiden Hauptmännern. Ähm, aber wir lassen es uns natürlich nicht gefallen und gehen, ähm, unsererseits mit den beiden Mosk- äh, Granatwerfer-Reitern hier auf seine, ähm, Bogenschützen. Ähm, die können, ähm, im Angriff, also mit dem Ansturm, solche Einheiten wie Bogenschützen eigentlich relativ gut platt machen und, ähm, zwingen sie sich jetzt auch nochmal in die Flucht. Ihr kommt natürlich sofort an und will uns da verscheuchen. Äh, und, ähm, schafft es natürlich auch. Wir müssen uns hier verpissen. Ist ganz klar. Äh, wir formieren jetzt in der Zwischenzeit hier eine neue, äh, defensive Linie mit unseren Stangenwaffen und, äh, verbliebenen Flaggelanten und ziehen uns mit unseren, ähm, Fernkämpfern hier hinter die Linie zurück. Äh, während er hier uns, äh, uns verfolgt mit seiner Kavallerie, jetzt eigentlich sich zurückzieht und hier macht er jetzt einen relativ großen Fehler. Er vergisst seine Might, ähm, und die, ähm, stürmt hier weiter durch unsere Linie durch und, äh, hat immer noch den Angriffsbefehl auf unsere Fernkämpfer hier, was es uns jetzt ermöglicht, mit unseren beiden Hauptmännern einfach herzukommen und der Might, äh, so ein bisschen ihren kleinen Arsch zu versohlen. Also, aus der Situation, ich wüsste es nicht, da kommt er jetzt wahrscheinlich nicht mehr raus. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ihr könnt euch ja selber denken, was jetzt mit der Might passiert. Ähm, hier oben ist immer noch die Benny Hill Action am Start. Wir hauen hier vor Leonco ab. und so geht es auch noch weiter also der kann uns hier nicht fangen und hier auf der anderen Seite hat mein Gegner jetzt sich dazu entschieden mit seiner Kavallerie diese Großschwerde hier anzugreifen die gerade dabei waren sich auf dem Weg zurück zu ihren Kollegen zu machen, um sich mit ihnen zu vereinigen ist auch eine gute Taktik, auf jeden Fall gut gespielt von meinem Gegner, dass er solche isolierten Truppen sich vorknöpft mit seiner Kavallerie und die vom Schlachtfeld vertreibt aber wir kommen natürlich mit unseren Infanterietruppen hinterher und freuen immer weiter mit den Granatwerfern hier auf seine Ritter was jetzt momentan unser größter Vorteil ist ist, dass seine ganze Infanterie schon geflohen ist hier ist er jetzt mit Leonkör nochmal gelandet weil wir mit unseren Flagelanden und den beiden Hauptmännern hier seine Bogenschützen angegriffen haben was es uns ermöglicht hat mit den beiden Hauptmännern seinen General in die Flucht zu schlagen und dadurch hat er jetzt das Spiel leider verloren denn nachdem Leonkör dann geflohen ist ist die Moral der westlichen Truppen auch in den Keller gegangen und das war auf jeden Fall ein echt lustiges und cooles Spiel danke einem Gegner Averagedam wenn wir uns die Kirsten anschauen unsere Infanterielinie hat natürlich richtig gerockt ist klar, diese Bierhandkämpfer die sind eigentlich alle also jeder Infanterie, die es Bretonien hat, überlegen und wenn ihr solche günstigen Lords mitbringt wie Balthasar dann könnt ihr eure Armee auch meistens relativ fett gestalten also da habt ihr dann viel Geld dass ihr den Rest eurer Armee packen könnt Balthasar kostet weniger als der General des Imperiums und wenn ihr nur mit der finalen Transmutation und den Gegenständen mitkommt das ist nicht schlecht und die Schützenleiter probiert es mal aus darum ging es mir jetzt eigentlich so ein bisschen in diesem Match also diese Kombination Schützenleiter und Speerträger oder irgendwelche andere Infanterie Flagellanten und so gegen feindliche Kavallerie kann ganz gut funktionieren und vor allem ist relativ günstig und ihr habt halt einfach dann auch noch mehr Infanterie am Start dadurch wenn ihr so eine Kombination fahrt kann man eigentlich ganz gut machen und vor allem was halt anfällig gegen was es anfällig wäre wären halt zum Beispiel sowas wie die Bogenschützen der Hochelfen oder so mit ihrer hohen Reichweite aber das Schöne daran ist ihr könnt halt mit diesen schnellen Schützenleitern solche Bedrohungen relativ gut umgehen und umschiffen weil ihr einfach die Geschwindigkeit dazu habt das ist eigentlich einer der Vorteile ähm okay ähm probiert es mal aus schreibt mir in die Kommentare was ihr davon haltet und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder haut rein Leute bis dann und ciao bis dann bis cockroach Vielen Dank.